Die Waldmonde sind ganz schön komisch. Findet ihr nicht auch? Naja. Schweren wir nun nach da oben zurück. Denn Nummer 26 befindet sie dort. Und 27 auch. Und da sind sie dort. Auf der Züge der Züge von der Züge. Und das ist es nicht so, dass sie sich in den Züge von der Züge von der Züge zu finden. Das hat schon mal nicht geholfen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alles klar. Haben wir auch diese Saison geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.